Hallo! So, hier ist der Montagsspattierer Anfang für den Schluss. Wie jeden Montag. Ab 18 Uhr kommt der Schlussplatz. Jetzt geht's los. Schreibt mal bitte meinen Stream. Und jetzt sind hier noch die Autofahrer. So, schönen Dank zu zuschauen. Hier ist man morgen für den Topland. Heute kommt hier ein Sänger vorbei. Esteban Tordé mit seinen ganzen tollen Lieder. Der tritt heute da auf. Und kam Warn aus. Danke fürs Zuschauen. Also sieht ganz gut aus. Und danke Menge Leute. Ich gucke dich in der Länge. Da wird schon Tag für Tag immer mehr jetzt hier. Von Montag zum Montag immer mehr. Und dann war sie gehint. Coi! Wie auch noch bei Warrungen und Ges trainiert. Ja und heute Night. Also, wir beide haben einfach zurück. Wer sagt, das gute Gefühle kann, der spielte Tropfen hört den Stein, und beim Ende wird es Friede sein. Es bleibt noch nicht andere Zeit, das böse, aber wir wollen, dass die Fühle noch ein. Ich bin jetzt ganz gespannt, wie viele Leute, die heute unterwegs sind. Also, ich glaube, es ist doch mehr als 250, also, schon hört sich aus, ja. Oh Gott, was ist das? Das Geruch von der SPG ist schnell vorbei. Aber wo sind die anderen Leute? Bitte. Die sind nicht gern Häuser, in denen hier auch zu spart ist. Die Rechte ist alles immer noch normal, ja. Von Woche zu Woche, ja. Wird auch immer schlimmer, ja. Die Geschichte kann man nicht aussehen, was ich da im Fernsehen erzählen darf. Die sind ja auch Schuhe und alles. Ist das mal, ja. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020